Der Aplik isch, gelinde gseit, speziell GSI. En riesige Pottwal arg strandet am Ufer vom Zyri-See. Vorbeigänger sind verwunderet starbliebe. De Wal, all 16 Meter von M, isch regungslos am Ufer vom Utoquai gläge. En stechender Fisch gstank het de Luft erfüllt und die surreale Szene nu verstärkt. Das isch nö de offene Ozean GSI, das isch's Herz vo de Schwyz GSI, de Szene isch aber kein Unfall GSI. Es isch es sorgfältig inszeniertes Stück Umwelttheater GSI, es Team isch Schutzentzüg, wo sich als International Whale Association identifiziert Hai, hetz Gebiet abgesperrt. Sie Hai die Kreatur mit offizielle Besorgnis untersucht, den Neugier vo de Öffentlichkeit isch gwachse. Wie isch in so große Wahl in Zyri-See-Zschop? Spekulatione sind ins Kraut gschosse. Einige Hai sich gfrögt, ob de Wal sich irgendwie de Rheinufe verirrt het. Andere Hai gwitzelt, dass im russische Oligarch ihn als bizarre Gspass im See usgesetzt het. Aber d'Wahrheit wie so oft, het in Ehre tiefere Botschaft gläge. D'Organisation hinter dem überraschende Spektakel isch Kyma GSI, het Zürcher Organisation für Meeresschutz. Sie Hai mit Captain Boomer Zemek schafft, e me belgische Künstlerkollektiv, wo für Sini zum Nachdenke anregende Installatione bekannt isch. Zeme Hai si e Waldstrandung inszeniert, wo de Wahrnehmung hinterfrage und zum diskutiere are gesöl. Captain Boomer isch spezialisiert, ufte Kreation fo' hyperrealistische Nachbildunge, fo' Meerestiere. Iri Werch sind schon in verschiedene Städt, ufte ganze Welt z'gsehe GSI. D'Installations Zyri isch nöd andershe GSI. D'Wahlnachbildung isch atemberaubend lebensecht GSI. Das isch nöd nur e Skulptur GSI. Es isch a Statement gsi, wo d'Lü zum Innehalte und Nachdenke arige soll. De Realismus vo de Wallnachbildung isch entscheidend fuer Iri wirklich GSI. Indem sie de Grenze zwischen Realität und Kunst verwischt hai, het Captain Boomers Gefühl fo' ökologischer Zerrüttung verstärkt. Der A-Blick von ere so majestätische Kreatur, wo scheinbar fehl am Platz und am Liede isch, het me nöd Schöne ignoriere. De Reaktione vom Publikum of de Installation sind durchzogen GSI. Einige sind fo' de schiere Größe und vom Realismus vo' de Wallnachbildung beeindruckt GSI. Andere sind fo' de Botschaft hinter de Installation berührt GSI. Trotz de unterschiedliche Reaktion isch eis klar aksi. De Gstrandati wal het zum Diskutiere agregt. De Gstrandati wal isch meh als nur es Spektakel GSI. Er isch es starkes Symbol GSI, riech er metaphorischer bedeutig. Ufte eine Siete het er de sehr reali bedrohig repräsentiert, wo menschlechi Aktivität fuer's Lebe im Meer darstellt. Verschmutzig, ueberfischig und de Klimawandel bringe view wall Populatione arand vom Usterbe. Uf ere tiefere Ebene het de Wall Verbundeheit, wo alle Lebewese repräsentiert. Obwohld Schwyz en Binnenstaat isch, isch sie nöd immun, geget folge vo de Schädigung vo de Ozeane. De Präsenz vom Wall im Herz vo Zyri, eere Stadt, wo oft mit Finanz und Industrie in Verbindung brocht wird, isch au bedeutsam Xie. Sie het als düsteri erinnerich daran gedient, was Umweltprobleme geografische Grenze und wirtschaftliche Interesse überschreite. Abschnitt 5. Bewusstsein imene Binnenland. Die Schwyz, obwohl in Binnenstaat, het een erhebliche I-Fluss-Üf do Ozeane. De CO2-Fussabdruck vom Land, wo du Industrien wie de werarbeitigse Industrie und de Verkehr verursacht wird, trägt zum Klimawandel B, wo verheerende Folge für de Meeres-Ökosysteme het. De Xtrandati Valhet, als visuelli erinnerich ad die I-Flüsse gedient uns Thema vom Meeresschutz, imene Land, wo geografisch oft vom Problem entfernt isch, ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Die Installation het zum Diskutiere über de ökologische Fußabdruck vo de Schwyz und de Verantwortlichkeit vo Einzelpersonen, Industrien und Regierige agregt, Massnahme zergriffe. Vo de Reduktion vom Plastikgebruch bis hin zu Unterstützig vo nachhaltiger Fischerei, könne sogar Chleini verändere ge im individuelle Verhalten en kollektiven I-Fluss uf de Gesundheit vo de Ozeane ha. Abschnitt 6. Ein Ufruf zum Handel. De Xtrandati Val isch nöt, als passive erfahre ich gedacht Xie. Es isch en Ufruf zum Handel Xie, wo Einzelpersonen, Gemeinschafte und Regierige drängt, Verantwortlichkeit für de Gesundheit vo de Ozeane zu übernehme. Die Installation isch vo Infostände, Ufklärungsmaterial und Vertreter vo Küma und andere Umweltorganisatione begleitet voorde. De Besucher sind ermutigt voorde, me über de Bedrohige fürs Lebe im Meer und de Massnamets erfahre, wo sie ergriffe Schöne um Öppis verändere. Vo de unterstützig vo nachhaltiger Fischerei, bis hin zur Reduktion vom Plastikkonsum isch de Botschaft klar Xie. Je die Einzelperson het e Rolle bim Schutz vo de Ozeane ses spiele. Die Installation het au de Wichtigkeit vo internationaler Zähmearbeit biede Bewältigung vo globale umweltherausforderige Unterstriche. Abschnitt Sibä Bewilligung und Präsenz De Installation vom Gestrandate Val isch nöt, ohne sorgfältige Planung und behördliche Genehmigung errichtet wurde. Küma het eng mit de Stadtpolizei Züri Zähme g'schafft, um de nötige Bewilligungen ziehohle und de Sicherheit vo de Installation sowohl für de Öffentlichkeit als auch für de Umwelts gewährleiste. Präsenz vo de Stadtpolizei Züri am Standort vo de Installation het de Ernst vo de Botschaft und de Wichtigkeit vom Anlass unterstriche. Sie et au de Waxendi anerkennig vo de Macht vo Kunst und Aktivismus wie Behörde zeigt, ums Bewusstsein für wichtige soziale und ökologische Themen zu schärfe. De Temporärcharakter wurde Installation, obwohl wirkungsvoll, het au zu Debatte geführt. Abschnitt 8 Kunst für Anne Guetti Zweck Die Installation vom Gestrandate Val isch es eindrücklich bespielte für GSI, wie Kunst als Mittel für soziale Veränderich genutzt werde Csar, in dem sie en öffentliche Raum in en Ort vo de Reflexion und vom Dialog verwandlet, hai hai Kyma und Captain Boomer's Thema vom Meeresschutz zu Züri erfolgreich, is öffentliche Bewusstsein gerückt, de Fähigkeit vo de Installation e breiti Palette a Emotione vo Ehrfurcht und Staune bis hin zu Besorgnis und Trauer, hervorzurufe isch de Schlüssel zu ihrer Effektivität GSI. Es isch e erinnerich drage eine折rige Ruhe aus der Verkuchung auf die Schein und der Verkuchung auf dem Diode Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.